Island 1 und 2 nicht gespielt, aber ich habe genau gewusst, das habe ich bei Gronkh einmal in einer Aufnahme gesehen, dass man dieses Ding dieses Ding triggern kann. So, und jetzt sind wir hier in diesem... Genau, und da brauchen wir erstmal den Blocken Tofu da, das weiß ich noch. So, und jetzt brauchen wir nämlich aus dem Hotel den Käse. Genau. Jetzt müssen wir nämlich noch den... Genau. Ich weiß nicht, was ich mit dem Obst anfangen soll. So, Holzbohrer, den brauchen wir glaube ich noch. Vielleicht später. Vielleicht später. Holzbohrer... Meinte ich nicht, brauchen wir die auch noch? Holzbohrer und Ding, die stehen glaube ich nicht im Sonnenstall. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. So, also ich weiß jetzt, wir müssen der Zeremonie da oben beiwohnen und dann den Käse in den Vulkan rein schmeißen. Das weiß ich noch. Ich weiß nicht, wie wir das machen. Ich weiß nicht mehr, wenn ich nicht mehr hier bin. Ich weiß nicht mehr, dass ich nicht mehr mit dem Opfer. Ich weiß nicht mehr, dass du ja jetzt nicht mehr mit dem Opfer bist. Hm, hm. Ähm. Danke und gute Nacht. Und jetzt werden wir erstmal ein paar Marshmallows rösten über Ding. Du Dummkopf, du hast einem laktoseallergischen Vulkangott Käse gegeben. Weißt du was das heißt? Du hast den göttlichen Durchfall heraufbeschworen. Brennt um euer Leben. Brennt um euer Leben. Göttlicher Durchfall. Und jetzt läuft nämlich die Lava unterm Grill durch, dass wir nachher auf diesem Topf was kochen können. Das habe ich nämlich noch gewusst. Und jetzt haben wir diesen schönen Lavafluss da, der einmal quer durch die Insel geht, aber keinen zu uns. Das war spektakulärer als ich gehofft hatte. Genau. So. Kann ich jetzt den Holzbohrer mitnehmen? Ja. Kann ich jetzt den Messbecher mitnehmen? Jawohl, ja. Warmhalteplatte. Kann ich die noch mitnehmen? Nein. Genau. Die Antwort habe ich auch erwartet. So. Jetzt muss ich gucken. Und zwar. Damit kann ich das Hundehaar nicht benutzen. Damit kann ich das Hundehaar nicht benutzen. Oh Mann. Wahrscheinlich muss ich erst mit ihm reden und ihm die Zutaten bringen, oder? Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber wir finden das raus. Hol mir einfach die Zutaten für ein Mittel gegen Kater und ich werde mit dir reden. Hier ist etwas Haar von dem Hund, der mich gebissen hat. Danke. Hier ist eine wilde Pfefferschote für das Anti-Kater-Mittel. Danke. Und ein Ei. Ich habe dieses Ei für das Anti-Kater-Mittel gefunden. Danke. Alle Zutaten, die ich nötige. Ich habe drei Zuschauer sehe ich jetzt gerade. Hammerhaft. Und jetzt steht er gleich wieder da wie eine Eins. Viel besser. Hier, den Rest kannst du behalten. Ich möchte einen Drink, bitte. Sicher. Was hätten Sie gerne? Geben Sie mir etwas, wovon ich Haare auf der Brust bekomme. Ich habe genau das Richtige für Sie. Er ist nicht nur erfrischend, er ist außerdem eine regenerative, alternative Energiequelle. Was? Hey, kriege ich nicht einen dieser dekorativen Schirme für meinen tropischen Drink? Äh... Ich glaube, wir haben keine. Nein, ich habe mich vertan. Ich habe diesen hier. So witzig das jetzt auch kommt, aber den brauchen wir später auch noch. So. Rü-B-Frei. Okay. Und wir haben einen Schirm. Die aufgeblähte Zecke, kann ich die mitnehmen? Ne, die kann ich nur trinken. Okay. So. Schon wieder falscher Knopf. Ich glaube nicht, dass wir uns kennen. Wer sind Sie? Ich bin Grieswald, letzter der Meistersuppes und Eigentümer dieses Hotels. Sie haben vielleicht von uns und unserem Suppenrestaurant Imperium gehört, das sich über die ganze Karibik erstreckt. Nun. Das war einst unser prächtigster Erholungsort. Aber es hat seine ganze Popularität verloren, nachdem die regelmäßigen Eruptionen von Mount Sudbrand aufgehört hatten. Der Vulkan ist ausgebrochen. Ja, ich weiß. Das Meistersuppe Imperium ist gerettet. Nun, das freut mich für Sie. Bald wird das Hotel mit Touristen überflutet sein, die den Vulkan sehen wollen. Und ich kann endlich die Show veranstalten, an der ich zuletzt arbeitete, als wir noch Gäste hatten. Was für eine Show ist das? Voulez-vous Vichessoir, ein dramatisches Musical über eine talentierte junge Suppenköchin aus Paris, die auf grausame Weise für ihre revolutionären Ideen der Suppenzubereitung von der Pariser Vereinigung der Köche zerlegt wird. Das wird bestimmt ein großer Hit. Was wissen Sie über den verlorenen Ring von Blood Island? Ah, das ist ein sehr trauriges Kapitel in der Geschichte meiner Familie. Meine Großtante, Mini Strone Meistersuppe, war ein gut situiertes Mitglied der Blood Island Gesellschaft. Ihre einzige Schwäche war ihre romantische Art. Sie hatte etwas übrig für Piraten und für einen davon ganz besonders. Er kam in den Hafen, sie verliebte sich auf der Stelle und innerhalb einer Woche waren sie verlobt. Dann, am Abend vor ihrer Hochzeit, stahl er den fantastischen Meistersuppe-Diamanten von ihrem Ring und verkaufte ihn an Schmuggler auf der Totenkopf-Insel. Sie trug den leeren Verlobungsring an ihrem Finger bis zu dem Tag, an dem sie starb, welcher nicht viel später war. Manche sagen, dass sie immer noch in der Gruft der Familie Meistersuppe spukt. Es ist eine traurige Geschichte, oder? Oh, Entschuldigung, ich habe nicht zugehört. Können Sie das wiederholen? Oh, bloß absuppen, Kasper! Wie komme ich rüber zur Totenkopf-Insel? Nun, es gab eine regelmäßige Fähre zur Totenkopf-Insel. Gab es? Da, in einer kalten Nacht, so erzählt man sich, stach der Waliser in seinem Ruderboot in See. Der dichte Nebel um die Totenkopf-Insel verdeckte sogar den Mond. Aber der Waliser konnte das entfernte Licht des Leuchtturms von Blood Island sehen. Als er die halbe Distanz gerudert hatte, zersprang das Licht des Leuchtturms auf mysteriöse Weise. Und der arme Waliser war verloren und wurde beinahe nie mehr gesehen. Beinahe? Nun, es gibt einige, die sagen, dass spät in der Nacht, wenn man lange genug in den Nebel starrt, der fliegende Waliser zu sehen ist. Wie er in seinem Ruderboot fährt, verloren bis in alle Ewigkeit. Gruselig. Ja. Wie läuft das Geschäft? Oh, das ist einfach wunderbar. Jetzt, wo der Vulkan wieder ausgebrochen ist, werden wir mit Reservierungen überschüttet. Bald wird jedes Zimmer des Hotels ausgebucht sein. Alle. Bis auf dieses eine Zimmer. Das Zimmer mit dem Kast, der niemals ging. Wird das gruselig? Ich warne Sie. Jede Nacht hörten wir seltsame Geräusche aus diesem Zimmer kommen. Schreckliche, fürchterliche Geräusche, die das ganze Hotel erschütterten. Jedes gefolgt von schlimmsten Schreien und Flüchen. Dann, eines Nachts, hörten die Geräusche einfach auf. Und ein furchterregendes Jammern und Klagen trat an ihre Stelle. Ich mache mich auf den Weg, den rustikalen Charme von Blood Island zu erkunden. So. Jetzt muss ich gerade gucken. Ich glaube, jetzt muss ich nämlich zum ersten Mal sterben, wenn ich das Mittel da trinke. Verdammte Kindersicherung. Ich bekomme sie nicht auf. Das hat sie geöffnet. So. Und jetzt warte jetzt. Ah, ich muss ja Ding warte. Ich muss ja nicht. Ich muss ja zusammen mit Alkohol einnehmen. Ich möchte einen Drink, bitte. Hier bitte, Junge. So. Da muss ich jetzt fest... Das macht den Drink umso ansprechender. Und der ist jetzt benutzt. Mir fällt gerade ein, dass das Vermischen von Medizin und Alkohol eine wirklich dumme und vermutlich tödliche Angelegenheit ist. Wäre ich eine reale Person anstelle einer lieblichen Zeichentrickfigur mit dem Potenzial für einige weitere Fortsetzungen, würde ich nicht mal dran denken. Skull. Skull. Das ist komisch. Es müsste eigentlich schläfrig machen. Ich fühle mich kein bisschen schläfrig. Genau genommen... Genau genommen fühl. Ich fühl. Sagte also der Leichenbestatter, ich wollte ein Sackträger werden, aber ich bekam Asthma von der feuchten Erde. Du bringst mich zum Platzenbord. Also was ist mit dem neuen Kerl? Oh, er ist jetzt schon eine Stunde so. Der ist hin. Der wird wieder zu sich kommen. Ich weiß nicht. Ich bin ziemlich sicher, dass er tot ist. Ich schätze, das ist dann das Ende des Spiels. Was ist jetzt? Wo er die Hauptperson des Spiels ist und so komisch. Ich dachte, man kann in Adventures von LukasArts gar nicht sterben. Vielleicht probieren die jetzt was Neues. Soll ich mich um ihn kümmern? Würdest du das? Ist es schlecht fürs Geschäft, wenn er so da liegt? Ruhe in Frieden und all das. Habt ihr das noch gewusst? Der Typ, der am Anfang, wo wir die Nadel aus der Voodoo-Puppe rausgefogen haben, hat dann gesagt, das ist eine Erleichterung. Ich bin nicht wirklich tot. Copyright 1997. Ah, hör auf damit. Genau, wir sind nämlich gar nicht tot. Wir müssten nur sterben. Sie öffnet sich nicht. Ich bin gefangen. Ich kann den Hammer nicht damit benutzen. Das braucht nicht angebohrt zu werden. Also ich hätte jetzt da auch eher das Ding benutzt. Wo kommt dieses verräterische Hämmern her? Es kommt aus einem der Särge. Von den Toten. Von den Toten, die mich umgeben. Sie müssen mein schreckliches Geheimnis kennen. Sie werden mich nie ruhen lassen, bis ich für das Unrecht, das ich begangen habe, bezahlt habe. Ein Moment mal. Ich habe gar kein schreckliches Geheimnis. Ich bin froh, dass ich aus der Sache raus bin. Obwohl es ein geräumiges, komfortables Modell mit viel Bewegungsfreiraum ist. Hallöchen. Du kommst mir irgendwie bekannt vor. Äh, ja, nun... Natürlich, Guybrush Threepwood. Du bist der, der mich hier eingesperrt hat. Weißt du, ich wollte... Nein, 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 ich will nichts hören. Das war die beste Zeit meines Lebens. Ich hatte viel Zeit zum Nachdenken, weißt du? Nachzudenken über die Dinge, die wirklich zählen. Ich weiß nicht, ob du es in Betracht gezogen hast, Sohn. Aber lebendige Begräbnisse sind hier in der Karibik kein ungewöhnliches Ereignis. Das wusste ich nicht. Nicht zu erwähnen die Piratenüberfälle und tödlichen Seekämpfe. Riesige menschenfressende Reptilien. Gefährliche Treibsandgruben. Schießwürdige Duellanten. Und natürlich diese lästigen Untoten. Hast du einmal daran gedacht, was mit deinem Lieben passiert, wenn dich dieses grausame Schicksal ereilt? Tja, nein, aber... Nun, du hast natürlich eine Menge Zeit, darüber nachzudenken. Oder nicht? Ich bin einer der Glücklichen. Ich war tot. Es hat mir eine ganz neue Lebensperspektive gegeben. Ein Leben, das ich der Bemühung widme, dass die Lebensversicherungswünsche der Leute erfüllt werden. Hier, nimm eine meiner Visitenkarten, die ich habe machen lassen. Wenn du in diesen Sarg eingesperrt warst, wie konntest du dann Visitenkarten machen lassen? Jetzt ist nicht die Zeit, sich um technische Einzelheiten zu kümmern, Sohn. Jetzt ist die Zeit, sich zu fragen, bist du versichert? Geh jetzt und lass mich mein Büro einrichten. Wir sitzen hier fest. Die Tür ist verschlossen. Quatsch! Das ist eine von Stan's kuscheligen Gruften, ausgestattet mit einem Sicherheitsöffnungsmechanismus. Einfach hier an dem Griff wackeln. Stan's Sicherheitsgruften. Jetzt müssen wir die Nägel da noch mitnehmen. Kann ich den Skeletttarm da noch mitnehmen? Ich habe schon einen schönen Skeletttarm, danke sehr. Die Nägel brauchen wir auf jeden Fall. Ich glaube, ich brauche jetzt Versicherungsschutz. Warte eine Minute, Sohn. Gib mir eine Chance, mein Büro einzurichten. Und jetzt, ab mit dir. So, ich weiß jetzt nicht genau lang, wenn wir nur einmal rausgehen und dann wieder reinkommen. Nein, lang nicht. Okay. Dann gehen wir auf der anderen Seite erstmal zum Meistersuppes wieder hier. Hallo. Hallo Leute. Ich vermute, ihr fragt euch alle, wie es sein kann, dass ich von den Toten zurückgekehrt bin. Keine Fragen an den Totentypen, der wieder unter den Lebenden wandelt? Keine Fragen wie, ist da ein Leben nach dem Tod oder gibt es einen Himmel? Wird es ausreichend Parkplätze geben? Schön, dann eben nicht. Ich werde euch nicht mal was über das Jenseits erzählen, wenn ihr mich anflehen würdet. Ich dachte, wenn ich sterbe, werde ich bei ihrer Tante beerdigt. Nun, ist das nicht einleuchtend? Man kann nicht in der Familiengruf der Meistersuppes beerdigt werden, wenn man kein Mitglied der Familie Meistersuppe ist. Ein Mitglied der Familie, was? Ich werde gerade mal kurz Geräusche verhindern. Ich mache mich auf den Weg, den rustikalen Charme von Blood Island zu erkunden. Ich konnte jetzt mit ihm diskutieren, wegen, dass ich Familienmitglied bin. Aber, bringt nicht allzu viel. Und zwar jetzt Hammer mit Nagel. Ich habe keine Verwendung für die Porträts. Es ist ein Haufen alter Porträts der Familie von Salat. Von Salat. Noch irgendwas? Mit dem Porträts kann man nichts anfangen, aber den Nagel brauchen wir noch. Minervas Drohneheim Meistersuppe. Baronin von Borschtsch. Borschtsch. Peter und Viktoria Soße Meistersuppe. Graf und Gräfin von Konsum. Von Konsum, ja. Sicherlich, ja. So. Und zwar, jetzt weiß ich nämlich noch, wir müssen an das Buch, was auf der Leiche da rumliegt. Ich bin mir nicht sicher, ob das reicht, um es zu halten. Könnte sein. Ja. Und jetzt brauchen wir nochmal den einzelnen Nagel, nochmal als Sicherheit. Da. Das Bett ist festgenagelt. Das sollte. Genau. So. Und jetzt können wir nämlich das Buch da nehmen. So. Können wir das Skalett noch angucken da? Ui. Ich wette, seine Zimmermiete ist bis heute auf eine gewaltige Summe angewachsen. Genau. So. Und jetzt können wir nochmal hier mit Dingen. Ah ne, halt. Ich bin das. Ich bin das. Ich bin das. Erkennst du mich nicht? Sie erkennen? Ich habe sie noch nie im Leben gesehen. Wie ist ihr Name? Matt Mitkartoffel. Matt Mitkartoffel? Ich bin von gutbürgerlicher Herkunft. Ich kann mich nicht an Verwandte mit diesem Namen erinnern. Ich mache mich auf den Weg, den rustikalen Charme von Blood Island zu erkunden. So, Meistersuppes Familiengeschichte. Mein Pirateninstinkt sagt mir, ich sollte es bei mir behalten. Kann ich. Es ist voll von Daten und lustigen Fakten, die man schon immer über die Meistersuppe-Familie wissen wollte. Und da steht, ich erhalte jeden Monat ein neues Buch oder kündige ohne Kaufzwang und behalte meine Ausgabe von Freibeuter und Fruchtbowle. Es ist voll von Daten und lustigen Fakten, die man schon immer über die Meistersuppe-Familie wissen wollte. Ich mache mich auf den Weg, den rustikalen Charme von Blood Island zu erkunden. Mein Pirateninstinkt sagt mir, ich sollte es bei mir behalten. Ich weiß nämlich, ich brauche erst die Dinge. Ich brauche erst die... Warte, gehen wir mal zum Friedhof. Ah ja, jetzt hat nämlich Stance ein Büro. Willkommen zurück bei Stance Allgemeiner. Du hast mich überzeugt. Ich will eine Versicherung abschließen. Eine kluge Wahl. Und eine, die du nicht so schnell bereuen wirst. Die Frage ist nicht, ob du dir eine Versicherungspolize leisten kannst oder nicht. Sondern, ob du es dir leisten kannst, keine zu haben. Wo wir gerade dabei sind. Kannst du dir eine Versicherungspolize leisten? Nun, wie viel kostet sie denn? Oh, das hängt von einer Reihe Faktoren ab. Wie hoch die Deckungssumme sein soll. Wie viel du ausgeben willst. All diese hochkomplizierten, fließenden Gleichungen und so weiter. Aber ich will dich damit nicht langweilen. Ich frage dich nur eins. Wie viel Geld hast du? Nun, ich habe dieses Spielgeld. Äh, ja. Vielleicht habe ich dich ein wenig durcheinander gebracht. Obwohl mich nichts mehr erfreuen würde, als dich hier herauszuschicken. Mit dem Seelenfrieden, das für deine Familie im unwahrscheinlichen Fall deines Todes gesorgt ist. Muss ich hier ein Geschäft führen. Wenn du mir nicht wenigstens eine Bürgschaft vorweisen kannst, kann ich dir keine Police geben. Wie wäre es mit einem enormen, unverfluchten Diamanten? Wie wäre es damit? Hast du einen gewaltigen Diamanten, der nicht mit einem Fluch belegt ist? Okay, nein. Aber ich bin ungefähr so nah dran, einen zu bekommen. Nun, ich bin nahe daran zu glauben, dass du versuchst, meine Großzügigkeit auszunutzen. Vielleicht möchtest du mir ein ernsthaftes Angebot machen. Dieses authentische Piratenüberbleibsel. Ein originaler Zahn eines echten Piraten. Einzigartig. Ist das echtes Gold? Das Beste weit und breit. Nicht mal mehr Spucke drauf. Nun fängst du an, meine Sprache zu sprechen. In Ordnung. Lass uns einen umfassenden Plan ausarbeiten, der deinen Bedürfnissen entspricht. Und du kannst sicher sein, dass deine Familie nach deinem bedauerlichen Ableben gut versorgt ist. Was genau sind die Bedingungen dieses Plans? Es ist ganz einfach, mein Sohn. Wenn du stirbst, bekommt der Besitzer dieser Police eine Riesenmenge Geld. Eine Riesenmenge Geld? Puh, ist genau das richtige Wort dafür. Nun, ich möchte, dass du da draußen vorsichtig bist. Okay, das bin ich. Danke. Nein, das ist mein Ernst. Ich möchte, dass du sehr, sehr vorsichtig bist. Werde ich. Genau. Jetzt können wir nämlich mit ihm über die Meistersuche bedingt finanzieren, denn jetzt haben wir ja unsere Versicherungspolize, ja? Dass wir Geld bekommen, wenn wir sterben sollten. Mein Pirateninstinkt sagt mir, ich sollte es bei mir behalten. Es ist voll von Daten und lustigen Fakten, die man schon immer über die Meistersuppe-Familie wissen wollte. Was ist jetzt mit ihm drin? Ich könnte mich den ganzen Tag über die Geschichte der Meistersuppes unterhalten. Wie war das noch? Mit der ersten schicksalhaften Reise in die Karibik? Oh, Sie meinen die, die... Baron Salmon biskde Meistersuppe 1621 begann. Exakt. Er landete auf Scab Island nur mit einem Löffel und einem Traum. In nur vier Jahren baute er die größte Suppenrestaurantkette in der westlichen Hemisphäre auf. Bereits 1635 hatte er die ganze Familie Van Salat aus der Karibik vertrieben und besaß ein weltumspannendes Restaurantimperium. Streng genommen wurden die Van Salats nicht vor 1637 vertrieben. Und die Kette von Restaurants und Hotels der Meistersuppes wurde im südlichen Pazifik nie beliebt. Ah ja, okay, wie dem auch sei. Nun, mein Sohn, es scheint, als hättest du recht. Willkommen daheim beim glorreichen Namen derer von Meistersuppe. Ich bin geehrt. Und als Meistersuppe steht dir jegliche Vergünstigung zu, die der Name mit sich bringt. Sofortiges Prestige in den Gefilden um Blood Island. 10% Rabatt in allen Meistersuppe-Feriensiedlungen der Karibik. Und natürlich medizinische sowie zahnärztliche Hilfe. Und das Beste von allem. Für den Fall, dass du tot umfällst, wirst du in der extravaganten Meistersuppe-Familiengroft begraben. Es scheint, als wären all meine Träume wahr geworden. Ich möchte einen Drink, bitte. Kommt sofort. So, und jetzt müssen wir nämlich nochmals Medizin mit Dingen mischen. Jetzt habe ich nämlich, glaube ich, getriggert, dass wir jetzt nochmal die... Jetzt kippt er nämlich nochmal um. Und wieder der Totengräber. Oh mein Gott, er hatte einen plötzlichen und völlig unerwarteten Rückfall in den Tod. Ah, und das gerade, als wir uns wieder etwas näher kamen. Als sein Blutsverwandter ist es meine Pflicht, ihm ein angemessenes Begräbnis zukommen zu lassen. Ich schwöre feierlich, dass der junge Med mit Kartoffeln in der Familiengroft der Meistersuppes beerdigt werden soll. Alles klar. Genau, Med mit Kartoffeln. So. Und da ist es nämlich genau die, die den Ring hat. Es ist eine Gedenktafel für Mini-Strone-Meistersuppe. Oh? Meisterbraut. Es ist ein Geist im Hochzeitskleid. Sie sieht sehr traurig und einsam aus. Oh, hallo. Wer bist du und was machst du hier? Ich bin Mini-Meistersuppe. Letzte in einer langen Reihe von Meistersuppe-Debutantinnen. Ich wurde hier exakt eine Woche nach meinem Hochzeitstag beerdigt. Ein Hochzeitstag, der nie kam. Was ist geschehen? Ich war die Insel-Schönheit von Blood Island. Wie viele Leute können das von sich behaupten? Oh, wie die Jungs mich anhimmelten. Mir wurde von den reichsten und schönsten Männern der Karibik der Hof gemacht. Aber alle Bewerber waren todlangweilig. Ich wollte einen gefährlichen. Ich wollte einen Piraten. Sag mal, wie verdienst du eigentlich dein Geld? Fußbodeninspektor. Oh, dann eines Tages segelte ein richtiger Pirat mit seinem Schiff in die Bucht. Ich wurde sofort schwach und wir verlobten uns. Aber vor dem Altar hat er mich stehen lassen und ich starb an gebrochenem Herzen. Puh, das ist hart. Ich weiß. Gab es auch andere Bewerber, die du attraktiv gefunden hast? Nun, da gab es einen, bei dem hätte ich schwach werden können. Der junge Charles de Goulash. Er hat...